Danke, Schlomiz. Wir müssen erst einmal wirklich danken, weil es sah heute den ganzen Tag so aus, als würde das Wetter nicht durchhalten. Aber wer auch immer verantwortlich ist, er hat ein Herz, sie hat ein Herz, es hat ein Herz für diese Veranstaltung, beziehungsweise für das Museum und für das, was wir heute hier tun. Das ist sehr, sehr schön. Schlomiz hat die Vielstimmigkeit schon erwähnt und schön, dass diese Vielstimmigkeit eben auch Gesichter hat und die kann man nicht nur hier in dieser wundervollen Dauerausstellung im Jüdischen Museum sehen und erleben, sondern eben auch hier auf der Bühne. Und damit herzlich willkommen unseren Gästen. Hetti Berg, also sie ist hier nicht zu Gast, sie wohnt hier quasi. Es ist ihr zweites Wohnzimmer, das Museum. Die Direktorin des Jüdischen Museums, Tal Alon, die Gründerin und Chefredakteurin des hebräischen Magazins Spitz. Daniel Donskoy, Musiker und Gastgeber der Late-Night-Show Friday Night Juice, Freitagnacht Juice. Genau, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Okay, alles klar. Du hast da auch ein Mikrofon. Genau. Und der Berliner Künstler und der Künstler, Aktivist, was auch immer. Doch, natürlich. Leon Kahane, der nicht nur mit seiner Kunst immer interessante und wichtige Debatten anstößt und was er da alles macht. Und darüber werden wir unter anderem reden. Wir haben ungefähr 40 Minuten Zeit. Die werden sehr, sehr schnell vergehen. Und auch Sie, die Sie uns über den Livestream sehen können, wie Schlomit schon gesagt hat, Fragen stellen. Die kommen dann bei Schlomit an und wir geben sie weiter und werden sie beantworten. Hetti, fangen wir erstmal mit dir an. Du hast vor ziemlich genau, nicht vor, etwas mehr als einem Jahr, am 1. April, glaube ich, 2020 hier dein Amt angetreten, aus Amsterdam kommt. Hättest du dir wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, dass es so, dass dieser Antritt so sein würde, also in die Pandemie hinein. Wie hast du das erlebt vor einem Jahr? Ja, es war natürlich ganz fremd und deshalb bin ich jetzt so froh, dass wir hier sitzen. Das ist eine der ersten Veranstaltungen wieder. Es war sehr fremd, aber ich war immer so beeindruckt, wenn ich durch dieses Museum gegangen bin, dass es so viele Besucher gab und von so vielen verschiedenen Hintergründen und Ländern und so weiter. So das ganze Haus still und nicht lebendig, das ist natürlich, das tut wirklich leid. Aber jetzt sind wir wieder offen und wir haben auch die Kinderwelt ANOVA öffnen können vor einigen Wochen. So, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut. Daniel, du warst gerade mit dem Bundespräsidenten und glaube ich auch Hetti in Israel, wo du ja auch gelebt hast. Also man muss vielleicht deine Geschichte aus Moskau geboren, Berlin, Tel Aviv, wieder Berlin. Wie war das für dich mit so einem sehr offiziellen, staatstragenden Moment, da in deine Heimat zurückzukommen? Es war auf vielerlei Ebenen skurril. Ich glaube, am skurrilsten waren die militärischen Ehren und dann spielte die deutsche Nationalhymne und danach die israelische. Und ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich singen soll und habe dann versucht, beide lautlos mitzusehen. Es ist verrückt, weil man sich selbst, glaube ich, gar nicht so oft fragt, wie man sich selbst versteht im Nationalen. Das wird man immer von außen gefragt. Und natürlich wird man bei so einer Veranstaltung, die so symbolisch und so tragend und so besonders ist, wenn es um Deutschland und Israel geht, muss man sich damit konfrontieren. Aber es war viel zu politisch, um da aufs Emotionale zu gehen. Es war wunderschön, es war mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich hätte es mir noch länger gewünscht tatsächlich, weil man in gewisse politische Problematiken schwierig reinkommt, wenn so viel Symbolik passiert. Dennoch war es eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung. Sieht man dann das eigene Land, was ja auch ein Stück Heimat eben auch ist, mit anderen Augen? Ja, also ich kann mir das King David Hotel sonst nicht leisten. Also das war schon... Ja, ja, gut, unabhängig davon. Also wenn man durch die Straßen dann eben doch geht oder fährt, gefahren wird, dass man sagt, okay, das ist jetzt surreal, oder? Man fühlt sich, ich habe mich fremder gefühlt, als wenn ich dort selber natürlich bin, weil sobald man auch wiederum da, das Außen gibt dir vor, wie du dich fühlst. Wenn du als Teil einer deutschen Delegation in Israel bist, mit dem deutschen Bundespräsidenten, fühlst du dich natürlich nicht so organisch da, wie wenn ich mit meinen Freunden am Strand setze. Natürlich nicht. Dennoch war mir das... Der größte Wunsch war mir, dass ich wirklich irgendwie dazu beitragen kann, das kulturelle Verständnis beider Staaten miteinander zu verbinden oder zu helfen, dass dort zu neuen Verbindungen kommt. Ja, du hast vorhin, haben wir so Backstage gesessen und da hast du so eine, ja doch etwas verstörende Episode erzählt. Also verstörend, also schon lustig, aber eigentlich, wenn man genauer hingekriegt, dachte, um Gottes Willen, willst du das nochmal preisgeben? Ich meine, du warst ja Teil einer Delegation, die aus mehreren Menschen bestand und ich fand das schon bizarr, was du erzählst. Ja, bei der Ausreise war es ganz lustig. Ich bin noch ein paar Tage länger geblieben und meine Eltern auch in Israel leben und meine Freunde. Und bei der Ausreise kam ich zum Flughafen und war fast schon zu spät für meinen Flug. und kam an und fragt, was hast du in Israel gemacht? Masi Tabaretz, ich habe meine Familie getroffen und noch irgendwas anderes. Ich so, ah ja, ja, voll vergessen. Ich war mit dem deutschen Bundespräsidenten unterwegs und der schaut mich an vom Security. Mit wem? Sagt, mit dem deutschen Bundespräsidenten. Also hast du einen Brief? Ich so, ja. Ich bin gezeigt, mhm. Bist du also politisch, ja? Und ich so, nein, nein, ich, ähm, nein. Bist du bei einer NGO? Ich so, nein, ich bin bei keiner NGO. Und was genau habt ihr gemacht? Und ich wollte nicht erzählen, dass wir am Abend vorher noch im Intercultural Center in Ost-Jerusalem gesessen haben und uns über die Problematiken von Arabern und Juden in Jerusalem zu unterhalten, das habe ich unterlassen zu sagen. Dann hat er mir einen Zettel aufgeklebt und ich gehe dann zur Sicherheitskontrolle. Und die so, nee, 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 du kannst hier nicht rein. Ich so, warum denn nicht? Ich so, du gehst da hinten hin. Und dann stand ich mit, ja, sehr vielen arabischen Fluggästen zusammen und wurde seziert in allen Einzelheiten. Aber hey, das ist okay. Das ist das Leben vieler Menschen, auch wenn sie nicht Teil einer Delegation sind. Und man hat wieder was zu erzählen. Tal Alon, du bist seit 2009, glaube ich, in Berlin. Du bist, warum bist du hergekommen überhaupt? Also was hat dich hierher? Ja, ich meine, viele Israelis kommen nach Berlin. Warum bist du damals gekommen? Ja, diese Frage kommt natürlich oft und die Antwort dazu ändert sich mit den Jahren, ich glaube. Aber Grund, also ehrlich gesagt, ich bin wegen meinem Mann gekommen. Er ist hier im Publikum. Er ist ursprünglich deutsch und war aber nie in Deutschland bevor. Und er ist auch ein Künstler und wollte hier einfach die Kunstszene erleben. Und wir dachten eigentlich damals, das ist nur ein so zwei Jahre, drei Jahre Abenteuer und dann kehren wir zurück. Also das war keine so eine Entscheidung, nach Deutschland zu emigrieren oder so. Und jetzt bist du hier, also seit elf Jahren. Fast zwölf. Fast zwölf Jahren. Fast zwölf, ja. Und du hast etwas getan, du hast ein Magazin gegründet. Das ist, glaube ich, entstanden aus einem Blog, wenn ich das richtig verstanden habe. Teilweise. Also ich war Journalistin in Israel, also Nachrichtenredaktion geleitet. Und als ich hier kam, wollte ich einfach meine persönliche Geschichte dokumentieren, erzählen. Damals gab es auch nicht so viele Social Media und das war ein Weg, einfach meine Freunde und Bekannte abzudaten, sozusagen. Und ich habe so angefangen mit einem Blog, der heisst Berlinerit. Das ist so eine übräische Version von Berlinerin. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, okay, meine persönliche Geschichte ist eigentlich nicht nur persönlich. Also ich bin Teil eines Phänomens. Und es gibt mehr zu dokumentieren und mehr zu erzählen als meine persönlichen Erfahrungen. Und daraus entstand dann das Magazin, das erste hebräische Magazin seit den 30er Jahren, also seit dem Holocaust. Das Wort Phänomen hat mich jetzt gerade gesagt. Wieso bezeichnest du dich als Phänomen? Was ist das Wort? Teil eines Phänomens? Nein, nein, Teil, ja, genau. Dass viele Israelis hier gekommen sind, genau in dieser Zeit. Also das läuft immer noch, aber ich glaube, zwischen 2009 und 2012 gab es eine große Gruppe, die hier gekommen sind. Und wir waren nicht koordiniert. Wir wussten nicht voneinander, sondern haben das nur durch das Leben hier erfahrt. Okay, es ist ja ein Phänomen, weil vorher gab es nicht, dass so viele Israelis auf einmal zusammengekommen. Und das hatte ja wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Berlin so einen gewissen Coolnessfaktor hatte, oder? Ja, klar. Hatte. Deswegen kommen junge Leute aus der ganzen Welt. Hatte, kann man glaube ich jetzt inzwischen sagen. Damals war es eine Weile her. Leon Kahane, du bist Künstler und hast jetzt eben, als ich gesagt habe, du bist auch Aktivist, heftig mit dem Kopf geschüttelt. Warum? Weil ich ja jetzt einfach kein Aktivist bin. Also ich sehe mich nicht als Aktivist und würde mich so nicht bezeichnen, sondern ich habe halt eine bestimmte Arbeitsweise als Künstler. Und die nehme ich auch sehr ernst. Und da steckt für mich eigentlich kein Aktivismus drin, sondern das ist einfach quasi mein professionelles, irgendwie künstlerisches Arbeiten. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch immer nicht ganz genau, was die Beschreibung Aktivist wirklich bedeutet oder bedeuten soll. Also ich kann mich damit einfach nicht übernehmen. Naja, es kommt vielleicht auch daher, dass du dich ja auch immer in aktuelle Debatten einmischst oder durchaus auch welche anstößt. Und ohne dich jetzt als Aktivist zu bezeichnen, ist das ja eine Form, in Aktion zu treten. Also wenn man jetzt Aktivismus in dieser, ist ja keine Berufsbezeichnung. Ja, ich bin aktiv auf jeden Fall. Du bist aktiv. Das kann man auch immer so sagen. Also das kann man auch auf einigen. Wenn du deine Kunst, ja es ist immer so ein Ding, also Kunst zu beschreiben, also die auch durchaus politisch determiniert ist mitunter, beschreiben müsstest. Nee, lieber nicht. Ja, also es ist natürlich politische Kunst. Nun ist es ja eigentlich so, dass es im Prinzip keine Kunst gibt, die nicht politisch ist auf irgendeiner Ebene oder in irgendeiner Dimension. Auch wenn ich sage, ich bin Minimalist und will sozusagen in keiner Weise beschreibbar sein. Auch das ist im Endeffekt, könnte man das einen politischen Akt irgendwie beschreiben oder eine Reaktion. Also da ist das schwer festzulegen. Aber es ist eigentlich politische Kunst. Andererseits würde ich es wahrscheinlich eher als so eine Art von, auch einer künstlerischen Kulturkritik beschreiben. Also das ist eigentlich das, was mir wichtiger ist. Also es wirkt oft politisch, aber und deshalb ist es, verbirge ich mich vielleicht auch so ein bisschen gegen diesen Aktivismusbegriff. Es ist letzten Endes viel mehr ein Arbeiten oder sich abarbeiten entlang kanonisierter Kunst- oder Kulturvorstellungen, die ich so vielleicht nicht sehe oder infrage stelle oder nochmal betrachten möchte. Und das ist eigentlich, also in Wirklichkeit ist für mich Kultur der viel interessantere Begriff als Politik. Nun sitzen wir hier fünf Menschen jüdischer Herkunft, sage ich jetzt mal, vor diesem jüdischen Museum, das nicht nur ein wunderbarer Bau ist, sondern eine wirklich sehr bewegende Ausstellung beherbergt. Ich hatte letzte Woche wirklich das Glück, mal diesen Teil der Gegenwart, 45 bis Gegenwart zu sehen, der unglaublich beeindruckend und berührend und faszinierend und ja eben auch vielstimmig ist. Dieser Teil der Ausstellung war vor 20 Jahren, hätte die noch nicht so groß. Also die Zeit zwischen 45 und vor 20 Jahren, also 2001 ist ja jetzt eigentlich, also man könnte jetzt meinen, okay, das ist die Gegenwart, die wir erzählen. Aber in den 20 Jahren ist noch sehr viel mehr passiert. Warum ist dieser Teil der Ausstellung jetzt der größere Teil überhaupt dieser Dauerausstellung? Ja, ich denke, das ist eine der großen Änderungen mit der alten Dauerausstellung. Es gibt noch mehrere. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass sie sich dazu entschieden haben. Ich war nicht dabei natürlich, weil eine neue Dauerausstellung macht man nicht so in einem Jahr. So, das gab es viele Jahre Vorbereitung. Und die meisten Besucher, die ins Museum kommen, was sie wissen, ist natürlich der Holocaust. Und vielleicht noch ein bisschen etwas davor, aber sehr wenig. Und es ist natürlich sehr wichtig, um noch immer auch über den Holocaust zu erzählen. Das muss man auch tun. Aber wenn man das so isoliert macht und vielleicht, ja, noch die Periode davor, aber nicht auch zeigt, dass es noch immer jüdisches Leben gibt hier in Deutschland und dass es ein selbstverständliches Teil der Gesellschaft ist. Und das ist auch etwas, was die meisten Menschen sich nicht bewusst sind. Und deshalb war es so wichtig, das zu tun. Es ist auch wichtig, um das zu zeigen, um auch die Juden und Judinnen, die hier in Deutschland leben, auch einzubeziehen in das Museum. Dass man nicht hier kommt und denkt, ah, aber es ist alles die Geschichte und die Holocaust und dann sind Juden ermordet. Aber wir sind hier und wir sind nicht noch hier, weil die meisten Juden und Juden kommen nicht aus Deutschland oder haben keine Verbindung mit dem Judentum vor dem Krieg. Aber das macht jetzt, ist es ein Teil der Gesellschaft und deshalb ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, um unseren Besuchern das auch bewusst zu machen. Aber wir machen es nicht nur in das letzte Teil, aber weil es gibt die Geschichte 1700 Jahre jüdischen Leben in Deutschland. Das ist eine sehr lange Periode, die wir dieses Jahr auch feiern. Aber diese Epochen, die werden immer abgewechselt mit einem Thema. Und auch in diesen Themenräumen, wie über Gebot und Gebet, sieht man Positionen, verschiedene Stimmen von Juden und Juden heute, die darüber sprechen, ob sie den jüdischen Gesetzen folgen oder nicht und inwieweit und warum und so weiter. Dann hat man auch wieder diese Vielstimmigkeit und das kommt immer wieder zurück. Und es gibt auch so einen roten Faden, den es vorher auch nicht gab, mit zeitgenössischer Kunst. Und diese zeitgenössische Kunst gibt so einen Kommentar auf die Epoche oder auf die Themen. Und das verbindet jedes Mal die Ausstellung wieder mit heute und das Leben heute. Und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig und natürlich nicht nur in die Dauerausstellung, auch in die Wechselausstellungen mit der Auftragsarbeit von Yael Barthana, das wir jetzt haben. Aber am Ende der Dauerausstellung gibt es eine Videoarbeit von Yael Rouveni, die schon erwähnt war, wo 50 Juden und Judinnen heute, und das ist wirklich alles, russischsprachig aus der Türkei, konfrontiert von Islam, ein Karnevalprinz. Es gibt alles jemand von der Schnurrbart, Champion, ich weiß nicht, wie man das sagt. So wirklich Kinder, orthodox, total säkulär. Das alles sieht man und das ist so ein Chor von Stimmen, das die Besucher auch verstehen. Ja, es gibt nicht die Juden in Deutschland. Das ist so plürichform und vielstimmig. Diesen Film können Sie übrigens sehen, in der Pause wird er gezeigt. Diese Installation, die man im Museum sehen kann, gibt es eben auch als Film. Das ist sehr beeindruckend, weil diese vielstimmigen Juden, Jüdinnen dann zusammen singen. Gemeinsam, das ist unabhängig voneinander, allein zusammen. Das ist, glaube ich, das, was es erzählt. Daniel, deine Freitagnacht-Juice. Ich habe mir die erste Show schon angeguckt und das war cool, weil du gleich gesagt hast, hier, Juice, ich habe erst mal überlegt, ob ich mir diesen Stempel überhaupt verpassen sollte. Du hast ihn dir verpasst jetzt. Also ich meine, du machst eine Show, die du, warum hast du damit, was war der Moment, wo du sagst, warum soll ich mich jetzt hier als Jude in eine Show stellen? Warum soll ich Freitagnacht-Juden hier präsentieren? Was war der Moment, dass du es dann doch gesagt hast, ja, ist wichtig? Ich hätte gerade schon gesagt, ja, das ist einfach wichtig, die moderne Lebensrealität von all dem, was es bedeuten kann, jüdisch zu sein, darzustellen. Weil halt, ja, die Leute, wenn sie in ein jüdisches Museum kommen, erwarten sie Holocaust. Und genauso wollen sie mit einem Juden oder mit einer Jüdin über Israel-Politik sprechen oder über den Holocaust oder über Antisemitismus und sehr selten über positiv affektierte Sachen. Positiv konnotierte Sachen. Und das ist die Chance einer solchen Show. Die Riesenbandbreite an jüdischen Stimmen einen Ort zu geben, an dem sie gehört werden von Leuten, die sie vielleicht normalerweise gar nicht hören würden. Weil wahrscheinlich der Titel allein hat schon bei Leuten geklingelt in der Mediathek. Freitagnachtschuss. What the fuck is that? Was kann das sein? Und die Herangehensweise, ich kann nur daran gehen, wie ich daran gehe. Und ich würde jetzt, habe ich auch in der Show gesagt, nicht sagen, ich bin Jude als erstes, sondern ich bin ein interkultureller Mensch, der auch in Berlin sozialisiert wurde. Und ich bin herangegangen wie ein Berliner Junge mit großer Schnauze. Und ich hoffe, man konnte Menschen dazu begeistern, sich mit der jüdischen Pluralität auseinandersetzen. Nicht mit der jüdischen Identität, mit all dem, was es bedeutet, Jude zu sein. Weil es bedeutet für zwei, es gibt keine zwei Menschen, glaube ich, für die es dasselbe bedeutet. Nicht mal in der ultraorthodoxen Community, da wird es auch für zwei Leute verschieden bedeuten. Die haben zwar vielleicht ähnliche Gesetze, aber im Inneren, im Herzen, bedeutet es für jeden Menschen was anderes. Weil jeder einzelne Mensch ein Individuum ist. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir auch akzeptieren, dass kein Mensch jemals stellvertretend für eine Community stehen kann. Und das ist das Ziel der Show gewesen, dass wir nicht repräsentative Figuren finden, sondern individuelle Figuren, die alle zusammen eine ganz, ganz kleine, kleine Auswahl auch nur an der großen Bandbreite des jüdischen Lebens zeigen. Also sollte Ihnen diese Show bis jetzt entgangen sein, die kann man nach wie vor, glaube ich, alle folgen. Wie viele Folgen gibt es inzwischen? Acht Folgen. Acht Folgen kann man in der Mediathek, in der ARD-Mediathek. Ich glaube, man kann sich nicht alle hintereinander angucken, weil man dann irgendwie hyperventiliert. Aber es ist total faszinierend, es ist witzig, es ist interessant, es ist wirklich sehr, sehr gut. Und Künstler ohne Grenzen, also du wirst als Künstler ohne Grenzen bezeichnet. Irgendwo habe ich das gelesen, also Moskau, Berlin, Tel Aviv. Aber wenn du jetzt lokalisieren müsstest und sagen, bist du Moskauer Jude, bist du Berliner Jude, bist du israelischer Jude, bist du kosmopolitischer Jude, bist du einfach nur Daniel? Ja, am liebsten Daniel. Okay, hallo Daniel. Hallo. Also wirklich tatsächlich, weil, also, mit jeder dieser Attribute, die du mir geben würdest, hätten die Leute ein ganz anderes Verständnis. Wenn ich also sagen würde, ich bin Moskauer Jude, würden die Leute sagen, ah, du bist wahrscheinlich in den 90ern als Kontingentflüchtling aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Wenn ich sagen würde, ich bin deutscher Jude, würden die Leute sagen, echt krass, hat deine Familie den Holocaust überlebt? Wenn ich sagen würde, ich bin israelischer Jude, sagen die Leute, ach krass, bist du wahrscheinlich wie die Talalon 2009 aus Israel nach Deutschland gezogen. Das heißt, mir persönlich bringt das absolut gar nichts, mich zu kategorisieren. Das bringt immer nur dem Gegenüber was. Und das will ich denen nicht tun, diesen Gefallen. Nee, okay, danke. Talalon, Israel in Berlin, also du als Israelin in Berlin, du bist eine Immigrantin, ja? Würdest du, siehst du dich selbst auch als Immigrantin? Also Immigrant jetzt nicht im Sinne der Flucht, aber sondern als Einwanderin, ne? Du bist... Also, es gibt ein anderes Wort, ich glaube, Zuwanderer... Zuwanderer, ja, aber es gibt zu viele, es gibt Zuwanderer, Zugereiste, habe ich nochmal gesagt. Also Immigrant, ich glaube, ich identifiziere mich nicht mit diesem Begriff, aber genau wie Daniel gesagt hat, auch Israel in Berlin bedeutet nicht nur eine Sache. Also das klingt, als ob wir eine Gruppe sind. Und ja, ich habe gesagt, ich habe ein Magazin gegründet, um diese Community zu dokumentieren. Aber das bedeutet nicht, dass es eine Gruppe ist, sondern es ist genau wie alle anderen Communities sehr gespaltet mit vielen verschiedenen Typen und Meinungen. Und das ist unglaublich, wenn man die Gruppen auf Facebook von Israelis nachfolgt. Ja, es gibt wirklich nicht ein Typ von Israelis in Berlin. Ja, wie es nicht auch wie ein Mensch wie der andere ist. Also was auch Daniel gerade gesagt hat, also selbst unter den Orthodoxen, in jeder Gruppe gibt es eine... Ja, aber in vielen Gruppen, ich glaube, das ist selbstverständlich für die anderen. Und ich glaube, mit jeder jüdischen Gruppe in Deutschland, das ist ein bisschen anders. Weil also auch dieses Gespräch, das wir gerade hier führen, ist das ein innerliches jüdisches Gespräch? Ist das eine Show für die Außerwelt? Sind wir hier als Tal, Daniel, Hetty und Leon oder sind wir hier als Repräsentative von etwas, das vielleicht überhaupt nicht existiert oder existiert in verschiedenen Ebenen? Also ich glaube, dieser Performance-Aspekt ist sehr stark, wenn es zu jüdisches Leben kommt. Und also ich kann auch ehrlich sagen, ich hatte mich niemals gewünscht, Professional Jew zu spielen, zu sein, dass ich hier bin. Ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen bin. Aber das war nicht mein Plan. Ich wollte nur in meiner eigenen Sprache weiterarbeiten. Und das hat aber also meine Rolle in dem deutschen Kontext schon gestammen. Und als Immigrant oder Immigrantin oder Zugewandter oder Gast oder wie auch immer, es ist auch eine Möglichkeit für mich. Also ich glaube, für viele, das ist so ein Paradox. Also ich möchte nicht die Professional Jew sein, aber als Jew bin ich eingeladen. Also ja, ich hoffe, das ist klar, was ich da mache. Ja, 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 ich glaube schon. Dieses Magazin Spitz, also Spitz steht ja für vieles. Also Spitz ist scharf, Spitz heißt der kleine Hund, der glaube ich sehr deutsch ist. Aber es ist hauptsächlich auf hebräisch Umgangssprache Spitte. Ah, okay. Also es war mir wichtig, so ein Wort aus Deutsch auszusuchen. Ah, ja, okay. Aber es hat ja im Deutschen so viel. Also ich habe gelesen, okay, Spitz, dann ratert es los. Also bis zu dem kleinen Hund, der glaube ich sehr deutscher Hund ist, so ein kleiner, der die so auch böse sind. Also böse im Sinne, ich glaube, oder? Spitz sind doch ein bisschen hinterlistig, oder? Ich habe als Immigrantin so viele Lücken und das ist eine davon. Ah, okay. Ja, also dann weißt du das jetzt. Was für Themen verhandelst du oder verhandelt ihr in dem Magazin? Also was wird da besprochen? Worum geht es? Also das hat sich auch in den Jahren geändert, weil am Anfang war sehr prominent diese Beschäftigung mit Identität. Und warum sind wir hier? Und was bedeutet das? Und sind wir zurückgekommen? Oder sind wir etwas neu? Oder als Community meine ich, als Israelis in Berlin, als hebräischsprachige Leute in Berlin. Mit der Zeit, ich glaube, hat das, und ich nutze jetzt dieses Wort, ich weiss, dass es hat viele andere Konnotationen, aber hier, also ganz einfach nutze ich das, es hat sich normalisiert. Und die Leute, also wir schreiben nur auf Hebräisch, das bedeutet, dass unser Publikum die hebräischsprachigen Leute sind und nicht die Deutschen. Und ich glaube, das hat, es ist nicht mehr so außergewöhnlich, so interessant, mit diesen Themen uns zu beschäftigen, sondern mit ganz allgemeinen Themen. Und die Hauptsache, die wir gerade machen, ist die Politik, Kultur und auch Corona-Maßnahmen einfach zu übersetzen, zu brücken. Weil viele Leute, auch wenn jemand schon etwas Deutsch spricht, das bedeutet nicht, dass man den Tagesspiegel oder andere Medien konsumieren kann. Und dann, also wir sind hauptsächlich jetzt Brückenbauer, würde ich sagen. Leon, du bist in Ost-Berlin geboren. Das haben wir beide gemeinsam. Ich bin allerdings Dekaden vor dir in Ost-Berlin. Aber du bist in Ost-Berlin geboren, Kind einer Familie jüdischer Künstler, die auch in der DDR groß geworden sind. Welche Rolle spielte für dich eigentlich, ich meine, du bist zu einer jüdischen Schule gegangen, du hast uns da hinten auch schon so die ein oder andere Episode erzählt. Aber welche Rolle spielte für dich dein jüdisch sein? Also abgesehen davon, dass du in eine jüdische Schule gegangen bist, was, glaube ich, schon sehr prägend ist. Aber für dein Selbstverständnis als Jude, welche Rolle spielte das? Naja, Daniel hat ja vorhin gesagt, das kommt immer von außen. Das stimmt schon. Es war immer ein Thema. Es war ein Thema bei, also du musst ja dazu sagen, als ich so vor dem Grundschulalter war, da gab es im Prinzip, also ich, meinem Vater irgendwo zu, irgendwo Friedhofhaken oder so, jüdischen Friedhof oder sowas. Aber im Prinzip gab es ja kein jüdisches Umfeld in Ost-Berlin. Also erstens gab es kaum Juden oder nicht viele und dann gab es wenig Kinder in meinem Alter und dann haben die irgendwo verstreut gewohnt. Und das ist das eine. Das heißt, nun habe ich leider die Angewohnheit gehabt, immer sehr vorlaut zu sein. Und das habe ich inzwischen abgelegt. Und das heißt, das haben auch alle mitbekommen. Ich habe das auch immer irgendwie thematisiert. Mir war das immer wichtig. Deshalb stimmt, es kommt von außen, aber es kam auch von mir. Es hat mich, was bedeutet für mich, ich habe auch Unterschiede gemerkt. Es gab auch Reaktionen natürlich immer von Leuten. So, es war auch manchmal ein bisschen schwierig. Dann wollten so die Großeltern von Freunden auf einmal, dass ich so mitbete. So zum evangelischen Gebet gezwungen, wo ich so, Hände falten und so oder sowas. Und dann jüdische Schule. Es hat im Prinzip meinen Alltag bestimmt dann irgendwie doch. Weil das ist eine Ganztagsschule. Es war irgendwie ein Thema. Es waren dann doch auch viele Freunde. Und dann kamen diese ganzen Geschichten. Wo kamen die Leute her? Russland, Israel. Also irgendwie hat es immer eine Rolle gespielt. Und für mich hat auch das eine Rolle gespielt, aus Ost-Berlin zu sein. Und da habe ich inzwischen mich auch viel mit auseinandergesetzt. In gewisser Weise das auch so ein bisschen kritisch betrachtet. Sozusagen die Dinge, die ich als Teenager so empfunden habe als Ost-Berliner. Ich glaube, das sehe ich jetzt vielleicht anders. Aber trotzdem spielt das auch natürlich eine große Rolle. Also es kommt ja alles so vieles zusammen. Das prägt dann ja auch. Daniel sagt auch, Berliner. Und so natürlich in Berlin aufgewachsen und so. Aber es hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Einfluss auf meine Arbeitsweise. Das kann ich sagen. Insofern, dass es so die Art, wie ich arbeite oder was ich sozusagen sehe oder womit ich mich quasi kulturell beschäftige. Es gibt ja eine sehr stark ausgeprägte politische Kunstszene. Und es ist doch aber so, dass ich merke, dass die Schlüsse oft sehr unterschiedlich sind, die man zum Beispiel aus Umständen aktueller kulturellen, politischen Konflikten, die man daraus zieht. Und das merke ich. Also ich kann dazu nur sagen, ich habe hier, Hattie hat es vielleicht noch nicht gesehen. Aber es gibt, als ich noch relativ jung war, wurde mal so ein Video gemacht. So jüdische Teenager oder sowas in Berlin. Oder Anfang 20. Und ich habe vorhin darüber kurz nachgedacht, was ich da eigentlich nochmal gesagt habe. Und ich habe mich daran erinnert. Nämlich habe ich gesagt, dass ich diese Idee von Identität, also sich beziehen auf Identität, heute würde ich sagen argumentieren mit Identität, damals schon hochproblematisch fand. Das war mir völlig klar. Und ich glaube, das ist eben etwas, was aus meiner Erfahrung oder so, wie ich es sozusagen kennengelernt habe, im Judentum etwas ist, was eine große Rolle spielt. Dass man eigentlich Kultur entwickelt aus der Emanzipation von Identität. So habe ich es begriffen. Und das ist sozusagen eigentlich die Basis, auf der ich quasi über Kunst, Kultur und so weiter nachdenke. Und das heißt nicht, dass es das nicht gibt, Identität. Dass nicht Erfahrungen auch identitätsstiftend sind und das entwickeln. Aber das ist eigentlich der wesentliche Punkt und das hat mich immer geprägt. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen am stärksten meine Perspektive in die Kunstwelt und die Debatten und so weiter hinein geprägt hat. Und wo ich dann auch an bestimmten Sachen sage, okay, hier wird es sozusagen, hier wird es problematisch. Weil hier entwickeln sich Narrative, die sind, die gab es schon mal, immer wieder. Also sozusagen, wenn die Gesellschaft sozusagen, wenn es regressive Bewegungen gibt, wird das Argument der Identität immer stärker. Und das ist sozusagen etwas, wo ich denke, da muss die Kultur ins Spiel kommen. Und so, das ist quasi so die Dialektik für mich. Und da, das hat mich extrem geprägt. Und das war mir irgendwie, habe ich vielleicht vorhin überrascht, scheinbar schon in dem jungen Alter irgendwie klar. Das Tolle an der Ausstellung ist, dass das auch thematisiert, also auf verschiedene Weise. Also du hast gerade gesagt, Daniel, es geht nicht um Identitäten, sondern Pluralitäten. Das wird in der Ausstellung auch sehr, sehr schön deutlich. Und es gibt so Momente, wo das auch so sinnlich erfahrbar wird und wo man sich auch damit auseinandersetzen kann, Hetti. Es gibt diesen Raum, der Antisemitismus-Raum. Welcher? Der Button-Raum. Der Button-Raum, vielleicht kannst du den mal erklären, erzählen. Und wir debattieren in diesem Raum über Antisemitismus. Ach, der Button-Raum. Ja, aber das Wichtigste ist, dass es ein Debattenraum ist. Und da wird, nur um schnell das zu beschreiben, wir haben vier Kurzfilme mit Fallbeispielen über Antisemitismus. Es sind kleine Animationsfilme, aber es sind Fallbeispiele und in unserem Bildungsprogramm, aber auch für die allgemeinen Besucher, muss man das selber bewerten. Man sieht, dass das Judensau, der Judensau, die Judensau, ja natürlich, aber wir sind sehr genderneutral. Diese Judensau und an der Kirche in Württemberg, ist das antisemitisch und soll dieses weggenommen werden oder nicht? Oder es ist ein Spielplatz und die Kinder sagen zu einander, ah, du Jude. Und dann müssen die Beschneidung, wenn man gegen Beschneidung ist, ist man dann ein Antisemit. All diese Fragen werden gestellt und dann müssen die Schülerinnen sagen, ja oder nein. Sie müssen das selber bewerten und sie müssen selber darüber nachdenken, ist etwas antisemitisch oder nicht? Wo fängt das an? Was soll ich dann dazu sagen? Jeder hat dann seine Stimme gegeben oder gewählt und dann bekommt man zwei Experten. Und der eine sagt, ja, das ist antisemitisch und der andere sagt, nein. So, dann bekommen sie viele Argumente und danach müssen sie nochmal bewerten, was sie dann denken. Was wir damit versuchen, ist, dass Menschen selber darüber nachdenken und auch sich dann Argumente sammeln und vielleicht sich auch ein nächstes Mal aussprechen, wenn etwas passiert oder wenn sie etwas hören, dass sie denken, ist das in Ordnung oder nicht? So, dass Menschen wirklich aufgefordert werden, selber eine Meinung zu formen, nicht nur nachzuzweeten, was die andere gesagt hat oder zu liken, selber eine Meinung zu formen. Und das ist natürlich ein ideales Tool, ein Mittel, um so ein Bildungsprogramm zu machen, weil natürlich in die Schüler gibt es nur, die haben auch zu, die werden auch konfrontiert mit Ausgrenzung und über andere Themen. Und das kommt dann gleich auch ins Spiel. So, das ist wirklich ein sehr interaktiver Teil der Ausstellung, wo wir auch die Themen, die es schon in dem Mittelalter gab, aber bis jetzt, wie Ausgrenzung und Toleranz und so weiter und Respekt dann im Griff bringen. Interaktiv ist ein gutes Stichwort, weil wir sind ja hier mit der großen weiten Welt und dem interaktiven Medium Internet verbunden. Und dann, Schlomit, ist irgendwas angekommen an Fragen von Leuten, die zugeschaut oder zuschauen? Ja, liebe Marion, ja, liebe Marion, tatsächlich, wir mussten auch ein bisschen filtern, muss ich leider sagen. Aber wir haben hier auch ein paar schöne Fragen. Und zwar die eine Frage ist, ist Berlin das neue Tel Aviv? Ist Berlin das neue Tel Aviv? Kommt darauf an, was Tel Aviv in dieser Analogie bedeutet? Nein, Berlin ist nicht das neue Tel Aviv. Also Berlin ist Berlin, Tel Aviv ist Berlin. Gut, dass die beiden existieren. Aber Berlin wäre so viel schöner, wenn wir mehr hätten. Das wäre gut. Und mehr in Berlin. Das wäre schön. Ein Meer? Ach so, ich dachte mehr. Mit H, sondern mit E. Mit der derzeitigen Klimakatastrophe kann das ja noch passieren, ne? Ja, es ist gut. Schlomit? Ja, sehe ich übrigens genauso. Jetzt haben wir hier noch... Moment, Entschuldigung. Da war doch noch ein... Ah ja, hier, das ist eine schöne Frage, finde ich. Wie aktiv bringen sich nach Berlin zugezogene Israelis in das jüdische Leben der Stadt ein? Auch interessante Frage, weil das auch anschließt an eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe. Gibt es das jüdische Leben überhaupt oder findet das eigentlich in den unterschiedlichen Communities statt? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja. Wie aktiv bringen sich nach Berlin zugezogene Israelis in das jüdische Leben der Stadt ein? Also in Berlin. Also, ich glaube, viele Israelis, als sie erst kommen, sind überhaupt nicht mit ihrer jüdischen Identität beschäftigt. Und das kommt erst danach, wenn sie Kinder hier haben oder wenn sie vielleicht mehr aktiv in der Community sein möchten. Es gibt aber nicht so viel, also nicht wahnsinnig viel Zusammenarbeit Israelis und ganz formell jüdischer Gemeinde. Weil ich glaube, für Israelis ist die Sprache ein sehr Haupt- und wichtiger Teil ihrer Identität. Also, hebräisch bedeutet, jüdisch zu sein, also hebräisch zu sprechen und mit hebräisch zu leben. Aber es ändert sich. Also, ich merke schon, also zum Beispiel mit Spitz war ich lange Zeit kein Teil von jüdischen, also ganz jüdischen benennten Initiativen. Und seit einem Jahr oder sogar mehr ist Spitz Teil von Eruvhub. Das ist ein Social Hub, Teil von Boom. Es ist ein, wo die Google Campus in Kreuzberg entstanden sollen. Und durch Bürgerinitiative war das abgesagt. Und wir sind mehrere jüdische Organisationen, die zusammen kollaborieren und haben auch eine Vorstellung, wie können wir aktuelle Impulse zum jüdischen Leben in Berlin bringen. Und da sind nicht nur Spitz als israelische Organisation, sondern auch andere Organisationen. Schlomit, ich denke, ist noch etwas ganz Brisantes dabei, weil ich glaube, wir sind so langsam am Fuße unserer... Also, wenn wir brisant sagen, gibt es schon doch eine Frage, um ein bisschen vielleicht die Gemüter zu erhitzen. Ja, sehr gerne. Und zwar, sehen Sie sich als deutsche Juden oder als Juden, die in Deutschland leben? Okay. Nein, sie, du ja nun gar nicht, Hetti. Du bist, wenn, dann holländische Jüdin oder eine Jüdin, die in Deutschland leben. Aber möchtest du noch deutsche Jüdin werden? Nein. Das war sehr deutlich. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein mit dieser wunderbaren Stelle. Und das ist natürlich ein tolles Haus, um zu leiten. Und es ist für mich sehr interessant, um aus den Niederlanden hier in Berlin gedroppt zu sein. Aber das ist noch sehr weit von mir. Und das wird es niemals geben. Aber das braucht es auch nicht, glaube ich. Daniel? Okay, das war eindeutig. Tai? Leon? Ich stimme zu. Ja, sehe ich auch so. Okay. Tai? Du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Sollen alle darauf antworten? Ja, ich bin neulich auch deutsch, aber ich bin, ja, genau, genau, also ich sehe keinen Mehrwert in diesen Labels sozusagen. Was entscheidet das? Was bedeutet das? Warum ist das wichtig? Um in den Worten einer Delegationsteilhaberin in Israel aus der deutschen Politik zu fragen. Tal, schlägt dein Herz für unser Land? Das wurde ich tatsächlich gefragt. Das wurde ich tatsächlich gefragt auf der Reise. Das war eine sehr faszinierende Frage. Tal, schlägt? Das möchte ich gar nicht so weitergeben, aber es ist faszinierend, wie sehr das doch die Leute beschäftigt, dass man zugegebenermaßen doch irgendwie eingestehen soll, man ist jetzt Deutscher und was bedeutet das? Und kann man jüdischer Deutscher sein? Und allein, sobald du diese Labels machst, was bedeutet das denn überhaupt? Also, wie soll man, das ist einfach fast unmöglich, darauf zu antworten. Aber das waren die besten Antworten, die man darauf, glaube ich, geben konnte und ein schöner Schluss für diese Gesprächsrunde. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich fand es total interessant. Hattie Berg, Tal, Alon, Daniel Donskoy und Leon Kahane, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben im Livestream und ja, wir haben hier jetzt noch eine gute Zeit. Ihnen auch. Dankeschön. Applaus